Joachim Willkommen zu einem Video. Hier ist erstmal der neue Shop. Es gibt einen neuen Skin, Cloaked Shadow. Finde ich auf jeden Fall richtig geil, vor allem die Flügel. Kann man eigentlich zu allem spielen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr ihn findet. Ich habe ihn mir auf jeden Fall direkt geholt. Und dann gibt es noch einen neuen Modus. Hinterlistige Schalldämpfer. Also anscheinend gibt es da nur schallgedämpfte Waffen. Das steht auch ganz, ganz leise. Okay, dann würde ich mal sagen, ich spiele ein bisschen in den Modus. Und ja, los geht's. So, erste Runde. Ich gehe mal hier nach... Ne, ich gehe mal Fatal. Und ist es normal, dass es so nebelig ist? So dunkel? Okay, ich glaube, das ist nur in dem Modus so. Dann gehe ich nebel hier mit. Okay. Okay, da ist schon mal eine Schallgedämpfte Skar. So, ich trinke das erst mal schnell. Okay, ein bisschen veräumt, aber passt. So. Boah, ich finde den Skinner war echt richtig geil. Vor allem die Flügel. So, den Graver nehme ich auch mal mit. So. So. Oh, die schallgedämpfte Maschinenpistole. Okay. So, ich hole mir jetzt erst mal noch ein paar mehr Materialien. Okay, ich würde sagen, ich laufe jetzt mal weiter nach Salty. So, hier doch Minis. Und so, jetzt habe ich schon mal mein Holz voll. Das ist schon mal sehr gut. Kann ich jetzt mal bitte hier hoch? So, danke. Was? Rauchgranate? Äh. Ich mache es einfach mal so. Okay. Sind die Rauchgranaten wieder die, die können Schaden machen? So, da ist auf jeden Fall einer. Nein, er ist geriftet. So, komm hier rüber. Aber Minis ein Gegner, okay. Ich kann halt einfach nichts erkennen, weil es so dunkel ist. Tja. So. Da vorne ist auch noch jemand. Okay. So, deine Rauchgranate noch. Okay, soll ich den da unten jetzt noch looten gehen? Oder ist hier ein Flugzeug? Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr den Modus findet. Äh, ich finde den jetzt nicht so nice. Weil ich mag es einfach viel lieber mit Shotgun zu spielen. Aber ja, der Modus ist ganz okay eigentlich. So, da vorne liegt auf jeden Fall Loot. Das heißt, da müsste eigentlich noch irgendwo ein Gegner sein. So, da vorne liegt noch ein Biggie. Kann ich den noch mitnehmen? Ah, und da vorne ist der nächste Gegner. So, ich warte nochmal, bis der hoch springt. Kann ich mir den Biggie noch holen? Ja, ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ah, so jetzt. Okay, da hat der noch die Schall gedämpft in blau. Okay, für die erste Runde läuft es eigentlich schon mal ganz gut. So, ich fahre mich ganz kurz hoch. Und dann nehme ich das Medi-Kit kurz. Es leben auch noch für die kleine Zone eigentlich noch relativ viele Leute. Ah, da hat einer den Loot-Job geöffnet. Ich kann einfach nichts erkennen. Hä? Ja, von irgendwo anders. Natürlich hittet er mich. Ja, 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 ja. So, den nehme ich mal mit. So, ich trinke den noch schnell. Ich trinke den noch. Ja, 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 ja. Jetzt los. Okay. So, ja, aber da war doch noch einer, oder? Alter, wie gut ist bitte die Waffe? Der war ja mal so schnell tot. So, ich würde sagen, ich benutze jetzt einfach mal das Rift, dann kann ich das Medikit mitnehmen. So. Alter, ich habe auch fast 3000 Meds. Sollen wir mich an der Anschließung? Was? Was? Äh, erstmal so. Ja, nur noch einer. Okay, ich gehe jetzt erstmal hier in die neue Zone und baue mir einfach so einen Tower. Komm, ich mache mal das, was man immer in Season 2 gemacht hat. So. So. Wie macht man das denn? Ah, genau so. So, das sieht doch schon mal gut aus. Das war ein bisschen zu einfach. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Nur schallgedämpfte Waffen, äh, der neue Modus. Ja, ist ganz okay. Das war sogar meine erste Runde jetzt. Ähm, ist für die erste Runde ganz gut. Vergiss nicht zu abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.